Es könnte natürlich wärmer sein, keine Frage, aber wir sind schon froh, wenn es nicht regnet und wir wären natürlich sehr, sehr froh, wenn das auch weiter so wäre. Bei uns der Mann mit der 185, Martin Jermann. ... aus Italien im Honda Civic mit 250, 400 E zueinander holt, beschutzt sich über die Probleme und gibt bei dem Fahrzeug, weil die Technik hat ziemlich erwähnt. Wie gesagt, Buchanan, und der Träger und irgendwelche Sprachstelle ... ... das ist geschehlos ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020